Herzlich Willkommen beim Mediale Energetik Podcast und heute geht es um Aberglauben. Wie passend am Freitag, den 13., oder? Hi, ich bin Oliver Erini, Mediale Energetiker. Und ich werde natürlich auch immer wieder mit Gedankenbildern, Aberglauben konfrontiert. Aber was ist jetzt eigentlich Aberglaube und wirkt der oder ist da irgendetwas dahinter? Und das ist natürlich eine spannende Frage. Grundsätzlich muss ich da mal ausholen. Jedes Gedankenkonstrukt, das wir haben, alles was wir glauben, alles was wir in die Welt hinein projizieren, so aus uns heraus, kommt auf eine Art und Weise natürlich zu uns zurück. Das ist wie wenn ich mir einen Film anschaue. Also wenn ich mir, passend zu heute, Freitag, der 13. anschaue, in dem Jason mit einer Machete herumläuft, oder es ist der erste Teil, dann ist es Mrs. Warhees, also Jasons Mutter, aber da wollen wir jetzt nicht die Horrorfans vergraulen. Wenn ich mir das also anschaue und ich habe so eine Projektion, dann wird mir wahrscheinlich immer irgendwo der Killer oder das unbekannte Grauen auflauern. Und da sind wir schon bei einem ganz wesentlichen Punkt über Aberglauben angelangt, weil es kommt immer darauf an, was ich in mir trage und das wird dann eben auch so geschehen. Ein toller Aberglaube ist ja immer dieses Bestellungen beim, also ich möchte jetzt bitte nicht Bestellungen beim Universum schlecht reden, aber wenn du dir einen Parkplatz bestellst beim Universum und sagst, ja jetzt habe ich den Parkplatz und den habe ich mir bestellt und den habe ich auch gefunden, dann ist das wunderbar. Dann möchte ich dich einfach mal fragen, zum Beispiel, bist du schon einmal irgendwo hingefahren, nach Italien oder Wien oder egal wo auch immer hin und hast keinen Parkplatz gefunden und bist umgedreht? Wahrscheinlich nicht. Also das heißt, man findet einen Parkplatz dort, wo man hinfährt und stellt sein Auto auch ab und das passt ja auch dann gut. Das heißt, was willst du da ewig bestellen? Natürlich vor der Haustür und so, das ist dann eine gute Fügung, das freut mich dann auch, wenn du das kriegst, aber letzten Endes wird ein Mangel deines Parkplatzes wirklich nicht entscheiden, ob du dich sofort wieder umdrehst oder ein, zwei Runden fährst und den dann findest. Das heißt, du wirst sowieso dort dein Kfz abstellen und dann das Restaurant besuchen, das du möchtest oder den Freund besuchen, den du willst. Ja, das ist einfach so. Das heißt, du gehst nicht einfach heim. Also kann man schon sagen, ja gut, ich habe es bestellt und habe es bekommen, dann ist das ein positives Gefühl, auch recht gehabt zu haben. Aber meiner Meinung nach ist es wirklich so, dass die Wahrscheinlichkeit, wegen Parkplatzmangels wieder nach Hause zu fahren, eine sehr geringe ist. Der nächste Aberglaube ist natürlich, es liegt vielleicht ein Fluch auf mir. Und da kommen wirklich Leute und sagen, ich glaube, ich bin verflucht und zählen dann zwei, drei Geräte auf, die gleichzeitig kaputt werden und deshalb glauben sie, sie sind verflucht. So, wie ist das jetzt mit Geräten, die kaputt werden? Das ist auch eine spannende Geschichte. Dein Auto wird natürlich nur dann kaputt, wenn, natürlich, wenn du fährst, wenn du es brauchst. Sonst würdest du ja nicht merken, dass es kaputt ist. Dein Computer wird genau dann kaputt, wenn, ja, wenn du ihn benötigst. Dein Bügeleisen wird kaputt, wenn du es benötigst. Deine Waschmaschine wird kaputt, wenn du sie benötigst. Dein Geschirrspüler wird kaputt, wenn du ihn benötigst. Warum? Weil du halt da gerade deine Aufmerksamkeit drauf hast. Natürlich werden Geräte nur dann kaputt, erstens, wenn es nicht wirklich passt, wenn der Spüler gerade voll ist. Na selbstverständlich. Wann hört jetzt deine Therme auf, Warmwasser zu produzieren? Immer dann, wenn du warmes Wasser brauchst, sonst würde es dir ja nicht auffallen. Das heißt, das hat jetzt nichts mit einem großartigen Fluch oder so zu tun, sondern das ist einfach mal eine Abnutzung und Dinge ändern sich und werden auch mal kaputt. Da würde ich auch nicht allzu viel Energie drauf richten. Es kann natürlich schon sein, man kann schon sagen, okay, das hängt vielleicht astrologisch zusammen. Merkur rückläufig haben wir gerade. Oder heute ist Freitag der 13. Womöglich spinnt gerade dein Computer. Nein, dein Computer spinnt nicht. Ich bin der Meinung, je klarer du bei dir bist, je weniger du dich jetzt mit außen beschäftigst und dran denkst, umso zufriedener bist du, umso klarer bleibst du bei dir und umso glücklicher wird dein Leben laufen. Aber ich ertappe mich natürlich selber auch bei Aberglauben. Ich werde dir dann auch gleich erzählen, bei welchen. Aber ein weiterer Aberglaube ist dann auch immer, dass man sagt, ja, es gibt jetzt die Geister und es gibt die Gespenster und ich verspreche dir, ich werde dir demnächst einmal auf diesem Kanal auch Geisterbilder und Fotos zeigen mit den Geschichten, die dahinter stecken. Aber da sind wir auch so geprägt, dass wir sagen, ja, das muss dann ein Verstorbener sein und da müssen wir pfuschen und die ins Licht schicken. Und da muss ich auch ganz klar mal vorweg schicken. Ich finde das einen wahnsinnig arroganten Grundgedanken, weil if it ain't broke, don't fix it. Es sind schon so viele Leute gestorben und es ist die absolute Ausnahme, dass da mal etwas sich verhaftet oder hängen bleibt. Denn meistens gehen wir mal davon aus, dass der Ablauf, du kommst auf diese Erde und du gehst wieder auf diese Erde, normalerweise funktioniert und nicht gestört ist. Also auch da würde ich den Druck rausnehmen und mich nicht fragen, ist denn jetzt die Uhr um ins Licht gegangen oder nicht. Gehen wir mal davon aus, ja, das passt. Und sonst garantiere ich dir, wirst du es merken. Nur wenn du jetzt hingehst zu einem Medium und sagst, oh, ja, ist jetzt die Oma weg oder nicht? Dann wird das Medium natürlich sagen, na ja, na, wahrscheinlich nicht. Ja, natürlich, weil du ja erstens danach fragst und zweitens dann auch so ein bisschen die Energie herholst. Also lass das einfach, geh davon aus, das passt, das ist gut und sonst wirst du es schon irgendwie merken. Aber normalerweise geh davon aus, dass eben auch wirklich Leute, die sterben, ganz klar rübergehen und geh bitte auch davon aus, dass du ganz klar rübergehst, wenn es mal so weit sein sollte. Also das ist auch so ein Aberglaube, der sich so ein bisschen festgesetzt hat, so in der Esoterik rein und auch ein bisschen so in dieser spirituellen Szene. Ja, ist jetzt Aberglaube gut oder schlecht? Und das Problem ist eben, ein Gedanke wirkt. Der wird eine gewisse Wirklichkeit erzeugen. Und wo ich das auch sehr problematisch sehe, ist bei Leuten, die heute sagen, okay, es gibt im Außen das Licht, das kommt zu mir, wie ein Engel, der kommt zu mir, ja, der Schutzengel, der imaginäre Freund, der Hausfrau, der kommt zu mir. Und, aber wenn das Licht zu mir kommt, Helles zu mir kommt, dann kann auch automatisch Dunkles zu mir kommen. Versuch das mal nachzuvollziehen. Wenn du sagst, das Licht kann von außen kommen, etwas Gutes kann von außen kommen, dann kann auch etwas Dunkles von außen kommen, ganz automatisch, weil das bedingt einander. Deshalb rate ich von diesem Profanen ab, dass ich sage, ich projiziere das immer nach außen, sondern ich schaue immer, dass ich das in mir habe. Ein Engel ist ein Symbol für eine gute Inspiration, da bin ich offen, aber das kommt aus mir heraus. Und dann brauche ich nicht mit Licht und Schatten im Außen spielen und da in irgendwelche Ängste verfallen. Also das sind für mich so ganz, ganz wesentliche Punkte, die ich immer wieder erlebe, dass gerade Leute, die sehr stark an das Licht glauben, an die geistigen Helfer und Führer, dass sie da sind von außen und sie beschützen, dass die dann auch irgendwann einmal Probleme bekommen mit den Schatten. Denn wenn du das Licht im Außen siehst, wirst du auch die Schatten im Außen sehen. Schlicht und ergreifend. Es gibt allerdings auch die modernen Mythen der Aberglaube, zum Beispiel an die Wissenschaft. Die Wissenschaft kann alles regeln. Dann wird man halt sehr nüchtern werden, wenn du diesen Aberglauben verfolgst, dass alles wissenschaftlich belegbar ist und klar ist, wird das irgendwann einmal deiner Seele das Leben nehmen, wird das irgendwie eine gewisse Dimension aus deinem Leben rausnehmen. Und ich sage jetzt nicht, die Wissenschaft, alles ist da falsch, das stimmt überhaupt nicht, da gibt es wunderbare Sachen. Aber man kann auch nicht die Mystik einfach rausnehmen aus dem Leben, weil da wird das Leben einfach blass werden. Zum Beispiel dein Unterbewusstsein versteht Bilder, versteht Märchenbilder. Das kann sich märchenhaft ausdrücken. Da werde ich mal ein Video drüber machen, wie man am besten mit dem Unterbewusstsein kommuniziert. Aber da ist es halt wichtig, dass das nicht alles so nüchtern und technisch ist. Denn du wirst merken, wenn dein Leben sehr technisch und rationell ausgerichtet ist, fehlen auch oft ein bisschen so die Würze. Das wird ein bisschen was aus dem Menschlichen rausnehmen. Genauso viel wie eine Übertreibung natürlich in das Mystische ein bisschen ins Irreale reinzieht. Und da wird man eher verträumt und das ist dann auch nicht so gut. Also, Aberglaube ist eigentlich, glaube ich, in jedem von uns. Ich glaube, das gehört einfach zum Menschsein dazu und man soll da auch gar nicht so, meine Güte, so schlimm das sehen. Wenn du einen Glücksbringer hast, der dir ein gutes Gefühl gibt, ob das ein Edelstein ist, wo du sagst, der hilft mir, der wirkt mir, dann ist das ein Symbol für etwas und dann finde ich das auch positiv. Und meine Güte, wenn wir jetzt das Gefühl haben, oh Gott, wir sollen nicht unter einer Leiter durchgehen, was ja meiner Meinung nach einen Sinn hat, aber jetzt nicht unbedingt vom Aberglauben her oder die schwarze Katze oder sonst etwas, naja, dann bitte, es soll nichts Schlimmeres passieren, aber nimm es nicht zu ernst und fürchte dich nicht zu viel. Und zum Abschluss möchte ich dir noch sagen, zu diesem Freitag, den 13. Wenn du jetzt das Gefühl hast, es gibt gute oder schlechte Zahlen, dann wirst du natürlich diese Zahlen auch immer wieder sehen. Ein Klient von mir hatte mal ein Problem mit dem Verkehrszeichen Perga, also PE ist das, weil er hat in einen Perga mal geschnitten und er hat immer gesagt, na, die Perga sind alle furchtbar und die fahren alle ganz schrecklich. Und jetzt, was glaubt ihr, ist passiert? Er hat natürlich die ganze Zeit nur Perga-Kennzeichen gesehen, also die ganze Autobahn und alle Fahrbahnen waren natürlich dann im Prinzip schon halbe Todesfallen, weil sich der so auf dieses Verkehrszeichen eingeschossen hat. Oder man schießt sich auf eine Automarke ein, ja, die BMWs fahren alle wie die Henker. Aber dir fällt dann natürlich auf, was fällt dir auf? Nur mehr die BMWs, die dann wie die Henker fahren. Die anderen BMWs, hunderte, tausende, die ganz normal fahren, fallen dir dann natürlich nicht auf. Und das sind eben dann so Programmierungen, wo wir selber schon den Blick hinlenken und wo wir uns selber unseren Aberglauben womöglich auch noch bestätigen. Und da können wir ja mal schauen und mit etwas Humor, denke ich, kann man das auch ganz gut regeln. Und jetzt verrate ich dir noch zum Abschluss meinen ganz persönlichen Aberglauben, aber nicht weitersagen. Also mein Aberglaube ist, man soll keine Türen offen lassen. Und da ist wieder ein absoluter Unterschied zu meinem Bruder zum Beispiel. Ich habe immer das Gefühl, wenn eine Tür offen ist von einem Kasten oder einem Regal oder so etwas, dann zieht da immer so ein bisschen die Energie durch. Das ist jetzt so meine Meinung und ich mag es halt nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass die Monster rauskommen, aber das ist so ein Tick. Ich mache also die Türen zu. Und ich glaube, ob das zusammenhängt mit der Kindheit, weil da habe ich mal einen Horrorfilm gesehen und zwar, Freitag der 13. heute, Aberglaube, war das der Blob, und zwar der Original-Blob, der hieß Angriffe aus dem Weltall auf Deutsch mit Steve McQueen, einem ganz jungen Steve McQueen. Und da ging es im Prinzip um eine undefinierbare außerirdische Masse, die sich wie eine Uhu-Kugel hat die ausgeschaut. Also wenn du den Klebstoff so zusammenklebst, so eine schleimige Masse und die hat sich über Leute drüber geschnalzt und hat die einfach aufgelöst und ist immer größer geworden. Und diese Masse, und das war das Problem dieser Masse, die konnte überall durchkriechen. Und mein Bruder und ich haben diesen Film gesehen und haben unterschiedliche Strategien entwickelt. Mein Bruder hat die Tür seitdem immer offen gelassen, weil er gedacht hat, okay, da kommt er schneller aus dem Zimmer. Und ich habe die Tür immer zugemacht, weil ich mir gedacht habe, wenn ich sehe, dass unter dem Türschlitz der Blob durchkommt, habe ich noch genug Zeit, irgendwo anders hinzugehen, weil der länger braucht, um im Zimmer zu sein. Völlig unterschiedliche Strategien, ein völlig unterschiedlicher Aberglaube, der sich aber so ein bisschen eingeschlichen hat. Also stell dich mal deinen Blobs in deinem Leben, stell dich deinen Gespenstern und deinen Dämonen, gerade an diesem Freitag, den 13. Und hab Spaß, nimm dich nicht zu ernst und wenn du dich irgendwo einkrampfst zu viel, naja, vielleicht machst du dir mal einen Termin aus. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich, wenn du den Kanal abonnierst, einen Daumen hoch hast, hab viel Spaß, vielleicht auch heute mal einen Science-Fiction oder einen Gruselfilm zu sehen, aber wie gesagt, locker und mit Humor. Und wir hören uns nächste Woche, dein Oliver Erini, mit Energie, die wirkt. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020